Aros Wismar, aus dem gleichen Verein, glaube ich zumindest, wie die Gurkengruppen, die Wolleproppen. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg 2009. Der 11. Seebrückencup geht in neue Hände. Dazu gibt es noch einen Ball, könnt ihr auch fleißig trainieren und sehen uns im nächsten Jahr wieder. Dann müsst ihr den Pokal verteidigen. So, das waren unsere Damen von heute. Wir kommen zu den Männern. Platz 10 geht an Einheit Schwerin. Sind bereits abgereist. Platz 9, ESV 48 Hagenow. Dann kommen wir Platz 8, die TSG Wismar. Platz 7, ESV Dresden. Platz 6, wieder an die Hamburger Jungs. Herzlichen Glückwunsch. Platz 5, geht an den Platz 4, geht an die Mannschaft von Ludwigs Könige aus Rettlinghausen. Herzlichen Glückwunsch. Platz 3, geht an die Pistinus. Platz 6, geht an die Pistinus. Gibt es da nur noch Männer? Ja, hey, das ist geil. Hey, das muss geil sein. Wir wollen die Augen sehen. 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 Platz 2. Gebt an den ersten HC Immerholz. Und alle geschütten, alle! Wer hat er hier? Alle! Und auch hier, der Matchminder aus Rostock, gratulieren wir recht herzlich den Pitch Team Havala-Klapp zum ersten Platz und den Promisieg. Herzlichen Glückwunsch! So, feiern heute Abend noch schön. Wir möchten uns natürlich sehr ständig verabschieden. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wünschen eine gute Heimreise. Denkt bitte dran, dass wir den Strand ordentlich verlassen müssen. Auch gerade Glasschen und Glasschen bitte mitnehmen. Ich wünsche eine gute Heimreise von hier aus und wir freuen uns auf euch auf das nächste Jahr. Vielen Dank und auf Wiedersehen!